Ein amerikanischen Pavillon gegangen? Ja, weil die gerade Krieg führen auf der ganzen Welt. Entschuldige, wenn da jemand Kunst macht auf der Biennale und aus den Vereinigten Staaten kommt und keine politische Arbeit macht, die nicht so augenfällig ist, dann ist es einfach eine Provokation. Ich meine, ich kann ja nicht schöne Kunst machen in einem Land, das permanent die Welt bombardiert. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Oder Israel Detto, ja? Ich meine, jeder der sagt irgendwie so, ich mache schöne Kunst, eine Lampeninstallation, toll, ja? Ich meine, sorry, das geht einfach nicht, ja?